So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop sofort U-Gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Mange süß. Also, was soll? Wollen wir einfach schon in der IT kämpfen? Mh. Mh. Du musst ja am Anfang Spawn schützen. Wollen wir ja in der IT kämpfen? Ja, was? Nein. Hast du? Ausgub. Wie war dein Ausgub so? Wie war dein Ausgub? Wie war dein Ausgub? Wie war dein Ausgub? Ach. Ausgub! Wie war dein Ausgub? Das ist cool, ne? Na gleich! Was ist aber ein Ding? Hi! Gott, was bin ich zugeworden? Oh, was bin ich zugeworden? Ja! Uh! So, ab wieviel Kills? Fünf Ab fünf Kills sind danach, was ich euch anschaue. Fünf Kills? Ah, der sieht schon geil aus, ne? Hm... ... 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